Mehr als 13 Jahre habe ich mir Zeit gelassen, um einen Nachfolger zu meinem Buch, der Crash kommt, zu schreiben. Das war damals im Jahr 2006. Heute, im Jahr 2019, lege ich das Buch vor. Welt-System-Crash. Und ich möchte Ihnen einen Auszug vorlesen aus dem Kapitel Der lange Abschied von Bretton Woods. Und zwar ist dieser Ausschnitt überschrieben mit das Ende der Globalisierung? Nach dem Zweiten Weltkrieg begann ein Prozess, den wir heute als Globalisierung bezeichnen und der uns zunächst langsam, seit 1980 aber mit voller Wucht erfasste. Der Welthandel stieg wesentlich schneller als das Weltsozialprodukt, was zu einer immer engeren Verflechtung der Volkswirtschaften führte. Zeitgleich ermöglichte der Fortschrift, den Informationstechnologie, Finanzmärkte und Logistik machten, eine immer engere Verzahnung von Produktions- und Wirtschaftsprozessen. Momentan versuchen wir immer noch, Antworten auf diesen Jahrhundertprozess zu finden. Die Globalisierung wurde lange sowohl von ihren Gegnern als auch von ihren Befürwortern gern als Naturgesetz mit einer unerbittlichen Logik gesehen. Dabei ist sie, zumindest in ihrem gegenwärtigen, überzogenen Stadium, seit längerem eine gigantische Blase, die den Kern ihrer eigenen Zerstörung in sich trägt. Kritiker wie Gegner zeigen vor allem die sozialen und politischen Kosten des Prozesses auf. In ihrem viel beachteten Buch »Die Globalisierungsfalle« beschrieben schon 1998 die Spiegeljournalisten Hans-Peter Martin und Harald Schumann das Verschwinden der Mittelklasse, den Aufstieg radikaler Verführer und den Niedergang der Politik. Ihre Analyse hat mit den Jahren an Aktualität gewonnen. Den weiteren Fortgang der Globalisierung haben alle kritischen Analysen und Aktionen, beispielsweise von Attac, lange Zeit nicht behindern können. Man hat oft den Eindruck, dass selbst die Gegner den Prozess stillschweigend akzeptiert haben und sich lediglich in einem Akt heroischer Selbstaufgabe dagegen auflehnen. Die Befürworter der Globalisierung weisen auf die enormen Möglichkeiten hin, die sie dem Einzelnen bietet. König der Globalisierungsbaden und Hofsinger der globalen Elite war lange Thomas L. Friedman, Auslandskorrespondent der New York Times. Er wartete in seinem Buch »Die Welt ist flach« mit zehn Kräften auf, welche die Globalisierung auf ein neues Niveau, Globalisierung 3.0, gehoben hätten. Wo sich früher nur Länder und später Unternehmen global orientierten, ermöglichte 3.0 die globale Vernetzung von einzelnen Menschen. Was Globalisierung 3.0 ihren einzigartigen Charakter gibt, ist die neu gefundene Macht der Individuen, global zusammenzuarbeiten und in Wettbewerb zu treten. Individuen werden von allen Ecken und Enden der flachen Welt in die Lage versetzt, dies zu tun. Es verwundert, mit welchem Enthusiasmus Friedman diese Aussagen im Jahr 2005, gerade vier Jahre nach 9-11, niederschreiben konnte. Jedenfalls findet man in seinem Buch nichts, was auch nur annähernd als ernsthafte Analyse bezeichnet werden könne. Der Ökonom Paul Krugman, seinerseits Kolumnist der New York Times, nannte das, was Friedman und andere Vertreter dieser Denkrichtung betreiben, zutreffend Pop-Internationalismus. Selbst nach der Finanzkrise von 2008, so John Gray, Professor für Ideengeschichte in London, träumen viele Menschen noch davon, den Fortschrittsmythos, der bis vor wenigen Jahren noch unaufhaltsam erschien, wieder aufzunehmen. Aber der Glaube an den unaufhaltsamen Fortgang der Globalisierung hat auch erhebliche Risse bekommen. Und zwar nicht erst, seit Donald Trump im Präsidentenamt ist. Bereits seit der Finanzkrise von 2007 bis 2009 ist nichts mehr ganz so, wie es einmal war. Es gibt sie noch, die Fortschrittsjünger, aber viele Menschen wollen nicht mehr so recht glauben, dass die globale Ökonomie mit einer geradezu logischen Gesetzmäßigkeit immer leistungsfähiger wird und in der Summe immer mehr Menschen zu materiellem Wohlstand verhilft. Insbesondere nicht in den alten Industrienationen. Viele Menschen beschleicht bei der Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre ein ungutes Gefühl. Zu Recht. Der Aufschwung der jüngsten Vergangenheit war zu großen Teilen eine Scheinblüte, getragen durch eine Aufblähung der Geldmenge und auf Kosten immer ungesunderer Wirtschaftsstrukturen. Der Aufschwung der jüngsten Vergangenheit war zu großen Teilen und auf Kosten immer ungesunderer Wirtschaftsstrukturen. Der Aufschwung der jüngsten Vergangenheit war zu großen Teilen und auf Kosten immer ungesunderer Wirtschaftsstrukturen. Der Aufschwung der jüngsten Vergangenheit war zu großen Teilen und auf Kosten immer ungesunderer Wirtschaftsstrukturen.